Da vorne wäre eigentlich cool, wenn da noch so eine Aussichtsplattform ist, wo man in der Abendsonne dann chillen kann, so eine Art Balkon. Hollywood-Schaukel. Wir haben so ein Netz dabei, so eine riesen Hollywood-Schaukel, die man in die Bäume irgendwie reinhängt. Zwei Plattformen reichen zum Schlafen und die eine ist die Gruppenplattform. Da bauen wir jetzt mal so vielleicht einen Tisch hin und ein paar Bänke hin und so. Das ist da einfach ein bisschen Gruppenatmosphäre. Ich muss die Bandschlingen höher setzen, um mich dann Schritt für Schritt den Baum hochzuziehen. Die Schnur wird mit hochgenommen und wenn wir dann die Schnur oben festgemacht haben, kommt ein Seil rein und dann können wir alle Sachen hochziehen, die wir oben brauchen, die Stämme und Bretter. Wir machen hier eine überdimensional große Hollywood-Schaukel, damit wir die später in den Baum hängen können und alle da rein liegen. Wie kannst du das Morgenkreuz sehen? Reißen, 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 reißen. So was jetzt oben? Cut. Es gibt jetzt so einen Querträger, auf den wir dann nachher die anderen zwei längs auflegen, damit wir so einen Dreieck kriegen. Das ist schön. Du kommst in mir hinein. Das war der Plan. Wie richtig chillig ist, wenn man sich hochschiebt. Wie richtig chillig ist.